So, Freunde, willkommen zu Next Please, einem neuen Flash Game oder was heißt neu, ich hab's einfach gerade gefunden und hab mir gedacht, wow, super Titel, du, let's playst das Ganze jetzt einfach mal. Wir hören die Titel-Menagy, die ich nebenbei bemerkt super fitte. Hört mal einfach einen Moment rein. Und ich würde sagen, wir starten dieses Spiel, ich hab mal wieder keine Ahnung, worum es sich bei diesem Spiel handelt, aber offensichtlich um ein Jump'n'Run, was auch den Titel erklären würde, würde ich mal sagen. Und offensichtlich können wir, das kennen wir doch auch, aus diversen Spielen, dass wir einfach mit unserem Charakter spezielle Sachen machen können, die vollkommen kreativ sind, was diese Spiele auch wirklich was machen. Ähm, also, ich glaube, das Spiel ist relativ selbsterklärend. Wir sind dieser buckelige, großgesichtige Typ und wir müssen zur jeweils nächsten Tür kommen. Jetzt keine, noch keine, noch keine, noch keine großartige Herausforderung, was man stellt sich natürlich so dumm an wie ich. Aber, man muss sagen, sehr schöne Idee. Genau sowas braucht die Spielewelt. So, oi, da muss ich doch nochmal eine Zwischenstufe einbauen. Ist ja alles kein Problem. Dann setzen wir uns einmal da hin und gehen mit unserem letzten, ja, müssen noch eine Zwischenstufe, aber jetzt gehen wir mit unserem letzten Typen in die Tür rein und haben den einen gar nicht gebraucht. So, was hab, was hab ich mir denn jetzt dabei gemacht? Ach, egal. Ähm, ja, das hab ich mir gedacht, der Sprung ist jetzt nicht sonderlich analog. Nicht sonderlich analog. Deswegen müssen wir hier das Timing gut beherrschen. Ähm, das war natürlich auch wieder sehr schlau. Anstatt einfach mal in die Tür reinzugehen, einfach mal einen neuen holen, weil wir können's ja. So, jetzt bin ich gespannt, wie ich das hier machen will. Äh, ich würde sagen... Äh, das war schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich würde sagen, man springt einmal hier rein und setzt hier so einen Typen hin, um dann mit dem nächsten da noch mal unterzuspringen und dann links zu gehen. Ähm, ja, ich glaube, so ist das Ganze gedacht. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Wunderbar. Äh, und hier werden wir mit Feuerbeschützen. Und ich bin mal gespannt, ob das geht, was ich jetzt denke. Ja, genau so geht das. Wunderbar. Und damit können wir auch ins Ziel. Hey, 3 Sterne und 14 Sekunden. Das sollen wir doch erstmal beim ersten Versuch niemand nachmachen. So, hier müssen wir ein wenig Timing beweisen, was eigentlich gar nicht so schwierig ist. Äh, ich weiß nicht, kann man das schaffen? Bestimmt, oder? Oder kann man sich selber schieben? Nee. Achso, ich weiß, wie's gedacht ist. Sobald das Feuer abgewehrt ist, muss man nichts drücken und einfach rüberrennen. Dööö. So. Und das Ganze bitte noch einmal. Yes, yes. Und durchrennen. Und drüber springen. Und weiterspringen. Und Gage schafft. Oh yeah. So. Oh, das sieht lustig aus. Äh. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das machen können. Nämlich so. Und so. Und so. So, das dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Dups, die Dups. Wir gehen rechts, wir gehen links. Und wir gehen hoch. Oh yeah. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gerade Sinn macht, was ich hier mache. Aber, ja, ups, das war sehr gut. So. Und. So, und. So, hey, geschafft. Super. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich möchte gerne jetzt nicht selber. Danke schön. Oh, jetzt wird es interessant. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall den Key. Ich glaube, das habe ich mir gerade wunderbar verbaut. So. Und so, und so. Und wir haben den Key. So, jetzt ist die Frage. Oh, was macht man das denn jetzt? Hm. Hm, 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 hm. Wir springen erst mal hoch und setzen unseren Block hier. Dann gehen wir hier und setzen unseren Block hier. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal schnell, nee, schnell durchreiten, macht hier keinen Sinn. Wir setzen, boah. Spring hoch. Spring hoch. Das klappt nicht. Ich brauche erst mal einen Block hier. Wunderbar. Wunderbar. Ähm. Nein. Fuck. Kann man hier irgendwo return? Ich würde ja fast behaupten, dass es dieser R-Button hier oben. Ja. Dann nächster Versuch. Hey, yo. Ach, Mensch. Warum will das denn gerade nicht so, wie ich will? Meine Herren. So. Wir machen einen Job. Ach. Das wollte ich nicht. So will ich es haben. Und so will ich es haben. Und dann will ich... So haben. Boah, gut geschafft. Sehr gut. So. Und mit Timing da rüberspringen. Oder auch nicht. Nee, das habe ich mit, glaube ich. Äh, das war ja natürlich super scheiße. Äh. Ja. Nächster Versuch. Hey, ho. Super. Das dauert mal wieder viel lecker, als es müsste. Einfach nur, weil ich mich doof anstelle. Aber ich glaube, deswegen guckt ihr auch inzwischen meine Let's Plays einfach, um mich failend zu sehen. Ich verstehe das. Irgendwie. Würde mich am liebsten auch gerne failend sehen, wenn ich es nicht selber wäre. Aber jetzt haben wir es doch geschafft. Hey, man glaubt es kaum. So. Was haben wir hier? Wir haben einen Knopf. Der sich wahrscheinlich deaktiviert, sobald wir... Aber ich glaube, dass wir den gar nicht so brauchen. Das ist jetzt einfach nur, um uns zu erklären, hey, es gibt Buttons, äh... Die man drücken kann. Und sobald man von ihnen runter geht, sind sie deaktiviert. So, wir können hier rauf gehen. Wir können X drücken. Dann fährt das Ganze nach oben. Und wir können zum Ziel. Ich bin gespannt, wie viele Level das ganze Ding noch hat. Ähm. Kann sie... Ja, der Rote aktiviert sich genauso wie der Grüne. Ähm. Oh, das ist auch so eine... Speedrun-Geschichte. Das heißt, wir müssen schnell hier drauf und durch das Tor, bevor das Rote. Ich würde ja fast behaupten, dass das Ganze so funktioniert. Ne, doch nicht. Dafür reicht die Zeit. Okay, hier haben wir tatsächlich die... Ach, ich weiß wie. Klar. So. So. Und dann können wir ganz gechillt darüber angehen. Ich wollte gerade sagen, die erste richtige Kopfnuss. Was auch. Aber ich bin ja schnell drauf gekommen. So, wir haben hier Feuer. Das Ding geht nach unten. Und wir haben nur vier Typen. Das Ding geht auch nach unten. Ja, genau. Boah. Jetzt kommen aber schon Rätsel von einem anderen Kaliber. Puh. Knobel, knobel und überlegt. Ich mache jetzt einfach mal folgendes. Ich setze mal eine hier auf den grünen Button. Und eine auf den roten Button. Was so schlau war, wird sich noch zeigen. Ähm. Nein, das war es natürlich nicht. Weil wir zuerst einen auf dem A. Ja, eben umbringen lassen. Ach nee, Quatsch. Ich muss jetzt mal R drücken. Dööö. Weil wir zuerst einen auf dem roten haben wollen. So wie es aussieht. Also wollen wir erst einen auf dem roten haben. Dann wollen wir nicht sterben. Dankeschön. Ähm. Dann. Aber ist das auch eine Timing-Geschichte? Ich glaube, doch, es ist eine Timing-Geschichte. Hey. Super. Und jetzt kommt auch noch eine Farbe dazu. Wunderbar. Ähm. Ich würde ja fast behaupten, wir müssen erst den roten, dann den grünen, dann den blauen aktivieren. Um uns dann anschließend immer hochfahren zu lassen. Verdammt, das war schlecht. Also nochmal. Erst rot, dann grün, dann blau. Dankeschön. Dann fahren wir hier rüber, da rüber. Ich habe immer noch. Rot, grün, blau. Und dann vielleicht mal alle so direkt nacheinander. Yo, das funktioniert. Sehr geil. Ähm. Okay. Ich denke mal, wir wollen uns erst die Karte da oben holen. Also wollen wir uns erst mal die Karte da oben. So, wenn das... Oh Gott, jetzt wird es ja immer richtig kompliziert. Gehen wir davon aus, wir wollen den grünen, äh, den blauen Button gedrückt halten. Und dann... Oh Gott. Ich glaube, ich habe es mir jetzt schon verbaut. Aber ich probiere es trotzdem einfach mal. Oh, doch nicht verbaut. Okay. Dups, die dups. Okay. Darf ich davon ausgehen, dass dieser grüne Button... Ja. Glaube ich. So, ich hätte mir erst die Karte holen sollen. Oh. Äh. Dann versuche ich mal, meinen ersten Block hier in der Mitte zu setzen. Damit ich dann erst an den Schlüssel rein kann. Oh, das war schlau. Oh, das war ja genauso gut. Nein. 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 Okay. Das war jetzt natürlich auch nicht zum Schluss. Oh, Skill. Skill. Timing-Skill. Oh, Baby. Das war gut. Oh, wenn ich mich jetzt nicht ganz so blöd anstelle, dann kann ich mit dem Typen auch noch den Block setzen. Das ist wunderbar. Ähm. Dann wollen wir uns hier verschließen. Wenn wir da rüberkommen. Hey, das funktioniert ja. Ich glaube, es ist ja nicht so. Jetzt nochmal mit... Timing. Das war... Das war richtig kacke. Oh Gott. Äh. Zweiter Versuch. Dadadada. Zweiter Versuch. Hey, es hat geklappt. Zweiter Versuch geglückt. Oh, wir sind schon Level 20, sehe ich gerade da oben. Das geht ja alles relativ schnell. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viele Level es sind. Ich glaube, das wurde ja am Anfang gezeigt. Ähm. Ich denke mal, wir werden hier nicht großartig springen können. Deswegen werde ich das ganz einfach mal so machen. Oh, ich glaube, da habe ich mir jetzt gerade verbaut. Habe ich getan. Also, nächster Versuch. Wow. Wow, ich bin gut. Ich bin gerade sowas von gut. Ausnahmsweise mal. So, hier auch mal wieder ein... Doch, nicht so simples Rätsel, wie ich zuerst gedacht habe. Aber, das funktioniert doch auch noch irgendwie. Nein. Oh Gott. Ne, das war ja richtig kacke. Äh. Also, wir wollen jetzt mal einen hier haben. Dann wollen wir... einen Mini-Jump machen. Und einen hier hinsetzen. Dann wollen wir hier hin und dann auch spät drücken, damit wir dann noch wieder alles... Nein! Jetzt. Komm schon, das... Hat das geklappt? Es hat geklappt. Sehr gut. Das ist jetzt mehr ein Geschicklichkeits- als vielmehr ein Puzzle-Level. Boah. Wobei mir das auch schon relativ nach Endlevel aussieht, hier alles. Höh! Ja, jetzt kommt Geschicklichkeits-Level. Dankeschön. So. Und. Ach so. Ich möchte hier nochmal eben am Rand erwähnen, dass ich das Charakterdesign von dem Typen super finde. So, jetzt muss ich mit drei... Typen... ...darüberkommen. Yes! Oh Gott! Oh Gott! Ich setze erstmal einen hier hin. Damit wir hier schon mal zwei Flames umgehen können. So. Und ich glaube, ab jetzt ist es einfach nur noch eine Timing-Geschichte. Yes! Ist gut. Komm! Yes! Und das war es. Äh, ich kann nicht steuern. Ah! Hey, wir haben es geschafft! You won the game! Super! Ähm. Das ist unser Ranking. Ich weiß jetzt nicht, ob das sonderlich gut ist. Wir gucken noch mal ins Hauptmenü, weil da... ...hat sich immer auch gerne mal was getan. Äh, nee, hat es sich nicht. Dann würde ich sagen, ich habe noch 15 Sekunden, um das Ganze zu beenden. Das war Next Please mit der wunderschönen Titelmusik. Ich würde sagen, das war es mit Next Please für heute. Dem Let's Flash für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö. ... ... ... ...